Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Wir schreiben heute den 1. September und wir haben 17.41 Uhr, der MDAX ist zu. In diesem Film geht es um den MDAX, den die letzte Analyse habe ich gemacht am 4. August. Und zwar an diesem Tag hier, da. Damals habe ich gesagt, die Entscheidung sollte jetzt langsam mal kommen. Entweder brechen wir hier unten drunter durch, unter den 25.976 oder wir nehmen das Ding hier raus bei 27.500. Wir haben das nach oben rausgenommen, aber das ist ein ziemliches Versagen hier, muss ich ehrlich sagen. Die Seitwärtsphase bleibt bestehen, ist jetzt lediglich ein bisschen breiter. Auffallend ist, dass die Bänder wieder sehr eng sind. Hier, das sind 1100 Punkte, das ist relativ wenig. Hier waren es einmal 948 Punkte. Das ist recht wenig, wir distanzieren uns wieder ein bisschen von der 200-Tage-Linie. Das nehme ich mal als gegeben hin, ich achte ja da nicht so sehr drauf, ich will nur wissen, wo sie ist. Wir haben kein Signal über den Trendfolger MACD und die Stochastik ist ähnlich wie im DAX leicht nach unten gerichtet. Also grundsätzlich würde ich sagen, eine 55 zu 45 Chance nach unten oder Risiko nach unten. Ich kann momentan nur eins sagen, der Chart ist wichtiger. Und das Interessante ist, das obere Band verbindet sich ziemlich gut mit diesen beiden Tops hier. Also ich runde leicht bei 27.970. Das wäre der Punkt nach oben. Und nach unten verbindet sich das untere Band mit diesem hammerähnlichen Gebilde hier. Und da sind wir bei 26.914. Das sind für mich jetzt erstmal die nächsten Punkte für die nächsten paar Tage oder sagen wir mal zwei Wochen. Ich habe, ja heute muss ich sagen, echte Hardcore-Scheine mitgebracht. Den Call, wenn ich sage, hier ist die Basis da so 26.850 rund ungefähr, oder 26.890 vom Kurs her, also hier in diesem Bereich. Der Call ist dieser hier. Das ist, wo ist er denn da? 26.739. Ich mache mal das Ding hin. Da sind wir genau hier. Wir sind unterhalb von diesem hammerähnlichen Gebilde und wir sind unterhalb vom unteren Band. Dieser Schein kommt nur dann in Frage, wenn wir das obere Band mit Schlusskurs rausnehmen und somit auch dieses leichte Doppeltop überbieten. Das ist ein Schein mit einem 35er Hebel. Das ist natürlich dann ein bisschen weniger, wenn er hier oben ist, aber momentan hier und jetzt hat er ein 35er Hebel. 26.739. Das ist also keine, ich gehe mal in den Urlaub Option. Die Kennnummer ist die GF0FPS. Ich sehe einfach keinen Sinn dahinter, irgendeine Option hier hinzunehmen, denn wenn wir ausbrechen, dann, ich hole es mal vor, beschäftigen wir uns auf kurzem lang auch mit dem All-Time-High. Da sind wir nochmal ein paar Punkte höher. Also vor diesem Hintergrund, für mich macht es keinen Sinn, eine tiefe Option hier unten irgendwo zu nehmen. Ich gehe dann, wenn, volles Risiko. Beim Short mache ich es eigentlich nicht nennenswert anders. Das hier, also dieses Top hier liegt bei 27.900. Und da habe ich auch eine 36er Option. Und das ist 28.265. Sie haben also noch relativ viel Zeit, um sich anständig zu stoppen. Wie gesagt, auch ein 36er Hebel. 28.265. Und Goldman vergibt die Kennnummer GB9SJ0. Gustav Bertha 9, Siegfried Jochen 0. Die Entscheidung ist, wenn ich gefällt, heute hier und jetzt würde ich sagen, 55 zu 45 für das Risiko nach unten. Aber das ist unten, das scheint mir auch doch begrenzt zu sein. Das bleibt spannend, gar keine Frage. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.